Tee, Kaffee, Mord, Folge 7, Arsen und Käsekuchen von Alan Barksdale. Es liest Vera Teltz. Prolog, in dem beschlossen wird, Schicksal zu spielen. »Da, ab da musst du's laufen lassen«, sagte die Frau, »genau da, wo er sich umdreht.« Die andere Frau, die etwas älter war, tippte auf die Tasten der Fernbedienung. Das Band leierte kurz, Störungen huschten über den Bildschirm. »Du solltest wirklich ermählich den alten Videorekorder deiner Eltern entsorgen«, stöhnte die jüngere Frau frustriert. »Das Bild wird immer schlechter und neue Kassetten kannst du schon seit Jahren nicht mehr kaufen.« »Du weißt, ich liebe meine Videokamera über alles«, widersprach die Ältere. »Mit dem Handy kann jeder filmen. Und jetzt sei still, ich will das hören.« »Und so erkläre ich Rita Buffridge zum neunten Mal in Folge zur Käsekuchenkönigin der Region Greater Cornwall«, verkündete ein beleibter weißhaariger Mann mit kunstvoll gezwirbeltem Schnauzbart, der im schwarzen Anzug und mit Zylinder auf dem Kopf auf einer Bühne stand und jemanden zu sich winkte. Eine schwarzhaarige Frau Anfang fünfzig ging ein paar Stufen hoch und stellte sich zu dem Herrn mit dem Zylinder. Sie strahlte über das ganze Gesicht, als der Mann ihr eine Urkunde überreichte. »Mrs. Buffridge«, sagte er, »ich möchte fast sagen, dass es mir jedes Mal ein fast noch größeres Vergnügen als im Vorjahr ist, Ihnen die Siegerurkunde zu überreichen und Sie zur Käsekuchenkönigin der Region Greater Cornwall auszurufen.« »Es ist mir immer wieder ein Rätsel wie...« »Sprüh mal vor«, sagte die jüngere Frau. »Rid Lincoln redet jedes Mal das gleiche Blabla. Der könnte auch einen Mitschnitt vom Jahr zuvor abspielen und dazu nur den Mund bewegen. Kein Mensch würde den Unterschied bemerken.« Sie ließ den Bildschirm nicht aus den Augen. »Jetzt!« Die ältere Frau drückte auf die Wiedergabetaste, gerade als Rita Buffridge ins Bild rückte, die ein Mikrofon in der Hand hielt. »Möchte ich der Jury danken, dass sie mich auch diesmal wieder auf den ersten Platz gewählt hat«, erklärte die Frau, die genauso routiniert klang wie Mr. Rid Lincoln. »Natürlich freut und ehrt mich das, aber es ist mir auch ein bisschen peinlich und ehrlich gesagt spiele ich im Augenblick mit dem Gedanken, beim nächsten Wettbewerb nicht anzutreten.« »Das Gleiche hat sie schon erzählt, als sie das fünfte Mal gewonnen hatte«, schnaubte die jüngere Frau. »Wetten, dass die liebe Rita ihre zehnte Dankesrede schon griffbereit hat? Schade, dass sie sich die Arbeit gemacht hat.« »Jede Glückssträhne muss einmal enden«, erwiderte die andere Frau lächelnd und hielt eine kleine braune Flasche hoch. Die jüngere betrachtete das Objekt. »Und du bist dir sicher, dass das funktionieren wird?« Ein siegesgewisses Lächeln umspielte die Lippen der anderen Frau. »Todsicher, meine Liebe. Todsicher.« Erstes Kapitel, in dem Natalie unversehens zur Gastgeberin wird »Sind wir zu früh?« Natalie sah von ihrem Schreibtisch auf und entdeckte Fred Astaire, der gemeinsam mit seiner Künstlerkollegin Belle Starr in der Tür zu ihrem Büro stand. Fred hatte in den letzten Monaten seinem Haar wuchsfreien Lauf gelassen, weshalb sich seine Frisur allmählich wieder in Richtung Mark Bolin entwickelte. So hatte er ausgesehen, als er von nicht ganz einem halben Jahr erstmals in Earl's Raven aufgetaucht war. Belle Starr, die gut eineinhalb Köpfe kleiner war als Fred, tog ihre langen Haare seit ein paar Tagen grälgrün gefärbt, aber es war nur eine Frage der Zeit, bis daraus wieder ein Sonnengelb oder ein metallisches Grau werden würde. Ein Blick auf die Uhr zeigte Natalie, dass es fast fünf Uhr nachmittags war. »Nein, ihr seid auf die Sekunde pünktlich«, antwortete sie lächelnd und deutete auf die beiden Stühle vor ihrem Schreibtisch. »Ich muss nur noch zwei Posten für die Bestellung ergänzen, dann bin ich für euch da.« »Was bestellst du denn?«, wollte Belle wissen. »Bürobedarf, Stifte, Ordner, Papier und so weiter. In Earl's Raven gibt es leider kein Geschäft, das so etwas anbietet.« Fred grinste ironisch. »War nicht vor Jahren von allen Computerexperten mal das papierlose Büro prophezeit worden? Wenn ich das sehe«, er deutete mit einer Kopfbewegung auf ihren Schreibtisch, »habe ich nicht den Eindruck, dass da irgendwas papierlos abläuft.« »Das war schon in meinem alten Job so«, bestätigte Natalie und strich sich die Haare hinters Ohr, die ihr immer wieder ins Gesicht fielen, sobald sie sich vorbeugte. Eigentlich war ein Friseurbesuch längst überfällig, aber je länger sie hier auf dem Land in Earl's Raven lebte und das Black Feather führte, desto mehr hatte sie Lust, mal etwas Neues auszuprobieren und diese Veränderung auch nach außen zu zeigen. Hunderte Seiten Statistik, 15 Mal ausgedruckt, damit die Kollegen aus der Chefetage während der Konferenz bei Bedarf etwas nachsehen konnten, anstatt mit der Zeit zu gehen und Tablets zu benutzen. Sie notierte den letzten Posten, dann legte sie den Vorgang zur Seite. »So, das war's«, sie sah die beiden Künstler an, »weshalb ich euch hergebeten habe.« Natalie machte eine kurze Pause, Fred war sichtlich interessiert, Belle dagegen wirkte zurückhaltender. »Ich habe da ein Projekt, das mit euch steht und fällt.« »Eine Kunstgalerie?«, fragte Belle hoffnungsvoll. »Das wäre eine Chance, meine Skulpturen den Menschen zu zeigen.« »Nicht ganz, jedenfalls nicht vorrangig«, erwiderte Natalie. »Ich weiß nicht, ob ihr den leerstehenden Supermarkt drüben in Stapleton kennt.« »War das nicht ein Woolies?«, fragte Fred nach. »Ganz früher war das ein Woolworth, das ist richtig«, bestätigte sie. »Aber das ist lange her, danach haben sich die Discounter die Klinke in die Hand gegeben und seit zwei Jahren steht das Gebäude leer.« »Und was haben wir damit zu tun?«, wollte Belle wissen. »Das kommt ganz darauf an«, sagte Natalie und wurde für einen Moment abgelenkt, als sie ihre Köchin am Büro vorbeigehen sah. »Louise, hast du ein paar Minuten Zeit?« Die ältere Frau mit der markanten silbergrauen Kurzhaarfrisur machte Kehrt und kam ins Büro. »Klar, was gibt's denn?« »Ich möchte Belle und Fred einen Vorschlag unterbreiten, doch wenn du dich dazusetzt, dann muss ich das Ganze nicht zweimal erzählen«, erklärte Natalie. »Denn mit dir müsste ich anschließend über etwas anderes reden, was aber mit der Sache hier zu tun hat.« Louise ging um den Schreibtisch herum, damit sie auf dem Stuhlplatz nehmen konnte, der am Fenster stand. »Wenn ich in der Küche gebraucht werde, schreien die sowieso ganz laut nach mir.« »Okay, danke«, sagte Natalie. »Also, es ist so, dass ich in diesem Ladenlokal in Stapleton einen Landsupermarkt eröffnen möchte.« »Was ist denn ein Landsupermarkt?«, fragte Belle. »Das ist ein regionaler Supermarkt, der ausschließlich Produkte anbietet, die hier in der Umgebung angebaut, geerntet und verarbeitet werden. Also Milch, Mehl, Brot, Gemüse, Obst und so weiter«, erläuterte Natalie. »Allerdings mit dem Unterschied, dass nicht der Supermarkt bestimmt, was ins Regal kommt, sondern der Erzeuger selbst. Das heißt auch, dass der Supermarkt nicht die Waren einkauft, sondern nur die Fläche zur Verfügung stellt, die vom jeweiligen Landwirt so genutzt werden kann wie auf einem ganz normalen Marktplatz. »Aber wenn die alles selbst erledigen, was haben wir denn damit zu tun?«, wollte Fred wissen. »Ich hatte jetzt erwartet, dass du uns als Personal einsetzen willst, das Regale einräumt und kassiert und so.« »Genau darum geht es mir auch.« Natalie war froh darüber, dass Fred ein wenig enttäuscht geklungen hatte. Sie hatte schon befürchtet, in diesem Punkt auf Widerstand zu stoßen, weil sich der eine oder andere aus dem Künstlerkollektiv dafür womöglich zu fein war. Aber wenn Fred bereits damit rechnete und kein Problem damit zu haben schien, war das ein gutes Zeichen. Er war schließlich der Wortführer der Gruppe und würde den anderen bestimmt vermitteln können, welche Chancen in dieser Idee lagen. – Okay, und ich weiß, dass ich nochmal die Schritte gemacht habe, weil ich die Schritte zu denken, wie der das Gürtel ist, ich glaube, dass ich da sehr viel auf dem Künstlerkollektiv und das Gürtelkollektiv und das Gürtelkollektiv vermitteln kann, wie der Gürtelkollektiv – Säge, das Gürtelkollektiv ganz in der Erde und ist liebdest und ich noch alles Vielen Dank.